ja willkommen mein name ist an ihrer lb und ich begrüße euch zurück zu let's play tats of hysteria der letzte folge haben wir ja ich glaube fast alle normans gesucht vielleicht wartet der letzte sogar auf uns gerade in der feuerprüfung zeitweil ist er hat dieses ding unser mysteriöse unser mysteriöser mystical der uns zum schreien der feuerprüfung gestellt hat also wenn wir wirklich nichts besseres haben würde ich damit klarkommen wenn wir nach krank zurückgehen was soll schon passieren dieser brief kam er zufällig gerade nachdem ich im panor mit dem von ab und mir nur einer fehlt zum fall ich denke vielleicht gut gehen wir mal zu dem äh die kräfte der vor großen schreien sei er unterste leben hat er gesagt er sie ist keine ahnung da ist es war ja was wartet auf uns ich habe so was von gewusst attack ehrlich mit kämpfen oder irgendwo hat also überhaupt ein kampf kommt warte die musik hat auch Ich habe auch gesagt, dass wir die Angriffen haben. Wir sind auch gleich. Ich habe gesagt, dass die Zeit gekommen ist. Das ist ein Problem. Und dann ist die Zeit gekommen. Was ist das? Die Maschkotten zu Norrmin? Ich habe... Ich habe keine Ahnung. Mein Name ist. Ah, das ist Felix, das ist ein Freund. Das ist ein Freund, das ist ein Freund. Hey, Schu, bist du so? Oh Gott. Ihr Freund ist ein Freund, der Nornen der Nornen. Wenn du ihr Freund auf dich aufhören, dann bleibt nichts. Mein Name ist Felix. Er ist ein Freund, der Nornen der Nornen. Sie sind alle vorhin, aber... Ich weiß, dass die Verlust an den Gelegenheiten, was ich... Also, dass wir uns die Föhniksen呼fen haben? Ja, Herr Präsident. Ich habe mich auf die Schöne genutzt, und habe die Kraft der Nangemacht gelegt. Ich habe mich schon gehört, aber... Ich habe auch schon gesagt, dass wir uns nicht so schrecklich sind. Aber ich habe auch keine Schwerbe mit einem Mann und einem Mann. Ich war auch genervt bei denen, ehrlich gesagt. Er ist echt gegen den Kämpfen. 107, das ist doch machbar. Er hat aber noch 20 Taulen. Aber er ist stark. Keine Quatsch, ich schlag ihn einfach zu Boden. Er ist so aufgewählt. In Anbetracht der Fertigkeit, die man mit ihm verbindet, nehme ich an, sein Element ist Wind. Aber was ist nur los mit diesem kleinen Kerl? Das ist genau wie bei den Turtles. Ich weiß nicht, da ist überhaupt nichts ernst zu nehmen, aber die machen daraus irgendwie vollständig Business. Oh ja, der geht sich grad nicht ernst zu nehmen. Oh, es war doch keine Amortisierung hier voralloh. Es ging irgendwo anfällig. Die Erde ist halbwegs effektiv. Ich mag die Kameraführung. Oh, ich traf den nicht. Der ist schon gleich erledigt. Oh, natürlich schafft es wieder Rose zu prägen. Wie macht die das? Wie kann man nur so oft verwechseln? Au. Ich bin auch verrengt. Was zum Teil ist jetzt schon wieder los? Was ist passiert? Wer sich da wohl aufnahm nehmen? Oh, da mach mal den so. Was auf der Fresse? Kein Problem. 20.000 AP werde ich ja wohl abgezogen bekommen, also. Ist ja nicht. Ich werde einen lockeren Kampf mit dir machen, dann komme ich wieder mit Amortisierungen. Kein Problem. Ah, vielleicht dann so gut getrost. Du, 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 ja, ist gleich vor. Warum wird ich nicht geheilt? W-Wat? Das ist wieder voll geheilt? Was zum Teufel? Ja, okay, Phönix, ne? Boah. Ich kann mich nicht heilen, wenn ich verbreite. Das geht mir so auf den Nerven. Warum tut jede Krankheit mich davon abheißen? Ich muss zwei. 누가? Was ist das? Das ist nicht, was ihr? Ich bin der Halt dich mal auf, ich trau den Braten schon wieder nicht. Halt dich danach wieder hoch. Nein, da warst du schon wieder hoch. Was ist das? Hey, hey, hey. Warum ist Laila? Kannst du mir mal sagen, warum ich die ganze Zeit wieder belebe? Ja, du bist doch schon Asche, oder? Warum ist die jetzt Asche? So, ich... Jetzt geh ich ja nicht down. Was geht da auf mich los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mich nicht da, warum? Ich habe mich nicht da. Ich habe mich nicht da. Ich habe mich nicht da. Oh, echt? Ähm. Alter! 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 Der macht die voll fertig! Boah, ich hab grad mit Klingel wiederbelebt, man. Nein, 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 nein! Der ist schon wieder hochgeil. Alter! Der will immer stärker, hab ich dann gefühlt. Was ist da nötig? Alter! Ist da irgendwie ein Trick in dem Kampf, oder was? Wunderbar. Alter! Was ist da... Lauf uns alle mit Einschlag über Felsen machen! Mein Gott! Ah! Alter, was ist hier los? Nein, das bedeutet... Alter, was ist hier schon wieder los? Bitte, steig danach mal. Jetzt mal langsam genug. Boah. Wieder beleben, wieder beleben, wieder... Was zum Teufel? In Oya so بين die Woah, Finks ist tot, halloaa Was machst du da? Was macht ihr da? Warum müsst ihr euch eigentlich immer in den bescheuertsten Momenten trennen? Das gibt's doch nicht. Ey, ich bin tot. Was soll ich jetzt machen? Ja, pfff. Lass mich raten, dann macht ihr doch jetzt tot, ne? Oh fuck, nein! Ich mach nur einen Fehler nach dem anderen. Guck dir das an! Guck dir das an! Äh, klasse Wisskerne! Alter, das Kind! Ey, ich war hier gegen so ein Pisser hier! Mann! Aber warte! Oh ey, Junge! Ich muss halt wirklich wieder so ein beschissener Kampf jetzt kommen. Und zieh mal den Kampf eben wieder in ne Länge! Kein Problem mit! Ich glaube, der Kampf eben wieder ne halbe Stunde. Oh! Ich mag so Gegner, die... So, am Ende noch so los, wenn wir dann schon überstark sind. Dann hat von Anfang an schon stark dann. Ich weiß, dass ich mir nicht meine Zeit verstände. Auch nicht so viel. Kohle, in mir ist doch nicht perfekt! Der Kampf ist ein weiterer Weg! Aus dem Kampf ist es nicht so schlecht! Da gibt es noch nicht! Alter! Oso, ich weiß nicht! So, das ist nicht alles langweilig! So oft besiedelt, muss er sich irgendwann nicht mehr wieder ablegen, oder was? Dann mach ich ja schon wieder was falsch, und ich weiß nicht mehr was. Au, nein! March Raising Phoenix aus Trades of the Abyss. Ja, kann schon verkehrt. Ja, komm, mach nicht fertig. Oh, das ist ja scheiße. Ja, weil ich ehrlich gesagt nicht mache. Ja, sowieso noch ein paar Mal erledigen, also. Ja, sowieso noch ein paar Mal erledigen, also. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ich bin nicht mehr als zurückkehren, aber das ist so ein paar Mal. Ja, sowieso. Ja, sowieso! Ja, sowieso! Tja, sowieso! Ja, sowieso! Spam wir mal das hier, das ist ein bisschen hilfreicher. So, im Narkampf ist das glaube ich ein bisschen heftig. Der Narkampf ist jetzt ewig, weil ich alles teile eingewechselt habe. Ich will nicht gegen so einen blöden Normen hier verlieren, er gibt es doch nicht. Er ist jetzt hier irgendwie so weiblich. Eisen und so, hätte ich ja noch verstehen können, aber gegen das Viech, ne? Den nehme ich jetzt hier nicht an. Boah. Ich hab den nicht, weil der ganze Welt ist. Jetzt hab ich ihn wieder ein bisschen. Oh ja. Angefogt, ja super. Der Resting dauert so viel Schaden. Ich hab ja nicht irgendwas falsch, ich hab ihn schon dreimal oder so gesiegt. Nein, 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 nein. Sein Eindruck ist die ganze Zeit hoch, das geht's nicht. Ich werde immer höher, hab ich das Gefühl, ne? Der wird auch nach Kunde. Der wird auch nicht schwer, aber... Der geht mir Kack die ganze Zeit an. Kack, ey. Der wird jetzt jedes Mal stärker, oder? Ja, der sei schon. Boah. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Der macht da bloß Schaden jetzt. Boah, der hat nicht mal angefroht. Ich kann das Viech nicht ernst nehmen, ich will nicht gegen den verlieren. Amatisieren, amatisieren. Zerwählt. Der wird wieder wegdauen. Das ist verdient. Der ist, der ist, der ist noch Level 107, der zieht mich gerade auf. Der ist noch Level 107, der zieht mich gerade auf. Ja, das ist ein bisschen wie stark die Anlage gebraucht sind. Mann, es kann mir richtig ganz erregern. Wie hat er immer raus? Ich will echt noch den Kampf verlieren. Ja, komm, auf den Kampus. Aber guter Schaden. Ah ja, dieser Angriff, ne? Der macht so viel Aua. Ja, das ist klar. Au. Ich will sagen, ich muss ja nicht 50 Mal oder so, wenn ich fliege, dann wäre er irgendwie krank. Der kommt ja mal mit so einem Schlag, ne? Der kommt ja mal weg. Der lieb ich ja. Ja. Und ich bin andauernd betreut, hab ich hier. Ich weiß nicht, was nicht dizert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so umgekehrt war. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr so umgekehrt war. Ah, aber keine Kugel-Leugnis aufbauen. Mein Name war hart. Ich kann die immer noch nicht ernst nehmen. Sein Gesicht. Ich bin die Norm in der alten. Fönix hinkt jetzt dem Herrscher Winschalten. Ich wollte schon sagen, dass ich mich da rein verpackt hätte. Einige, die wurden aufgeballert. Ich weiß nicht, welche hier von. Und Pharaonin, okay. So. So. Mit den Normen kann ich mir schon denken. Äh, mein Gott. Ja. Okay. Warte mal, alle Normen ist, ne? Ja. 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 Okay, gut, wenn was erledigt, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge, wahrscheinlich in Katz Corner, wo wir gegen den Finster Turtles kämpfen werden, was wahrscheinlich auch für der frustrierte Kampf sein wird. Ich bleibe mich alle herzlich für Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.